das riechen wird schon abgestürzt und schon wieder abgestürzt und schon wieder abgestürzt und noch ein Absturz also die Basis hatte ich aber schon gesagt ist eigentlich super schick aber total unproduktiv ich würde jetzt am liebsten eine erbendet Base finden wo wir vielleicht einen Bergbaukern kriegen aber wenn ich den ihr ihre wertvolle Fracht hier umrufe was haben wir denn zwei Bergbaukern hier natürlich natürlich ach man ey das mit diesem scheiß Jetpack hier hallo liebe Freunde herzlich willkommen zurück und unsere Freunde die laufen hier ganz entspannt vorbei wir gucken mal ganz kurz wo wir hier sind wollen wir hier hin jetzt einmal hier eine kleine Runde fahren dass wir nachher irgendwann wieder zu unserem Nützpunkt kommen da hinten haben wir noch ein bisschen was vor hier unten ist noch irgendwas hier ist noch irgendwas okay wir fahren erstmal weiter wenn wir das alles erkundet haben dann wollen wir mal schauen dass wir auch endlich ein Flugzeug bauen und dass wir oder ein kleines Schliff ein Schiff ein Schiff quasi ein Small Vessel wo wir dann auch ein bisschen aim drauf haben in der Zwischenzeit können wir dann hier auch die Mini Drohne mal abschießen falls wir noch genug Money haben ansonsten haben wir nämlich ein Problem so wir haben noch ein Silizium Lager entdeckt schon mal nicht schlecht also ansonsten von den Ressourcen her sind wir gut zwei Bergbaukerne dann gucken wir mal wenn wir den T1 machen können ich glaube das war jetzt Level 10 oder so oder 12 auf alle Fälle will ich mir demnächst dann bald ein oh da ist eine Wand ein Small Vessel spawnen damit wir dort so erstmal ein bisschen vorsichtiger hier mal rüber gucken also ein Small Vessel mit Geschützen drauf dann können wir nämlich ein bisschen auf Alien Yacht gehen und dann können wir auch die Punkte gut hoch bauen und eigentlich gibt es so viel zu tun jetzt ist so der Anfang ist auf der Seite gelandet so der Anfang ist immer so ein bisschen wie soll ich sagen langatmig bis man das erste mal ein bisschen die Rohstoffe zusammen hat so ich gucke auch immer das Magnesium also von den Ressourcen sieht es ganz gut aus so durch den Wald durch Essen haben wir noch ein bisschen ja wir haben zwar keine Hills mehr nicht so viel aber so wo geht es lang dahinten was ist das Oberärztlager okay aber ich habe hier noch keine Raptoren gesehen nur die Drohnenbasis oder was heißt nur Drohnenbasis aber zumindest das sieht groß aus wenn es leer ist haben wir richtig Schwein Wohnkomplex ich glaube der war nicht bewaffnet was werden wir gleich feststellen wenn wir näher um so näher wir rankommen 200 Meter es wird noch nicht geschossen nein das sieht gut aus das können wir gleich mal looten hier so aussteigen ja ok sehr schön das ist auch der Kern Ego Perspektive gut wir fangen mal da oben an vertikalt hier ok können wir nicht 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 auch kein Stamina Boost ist ja doof ok die Toiletten kann man auch nicht benutzen ich habe natürlich auch kein Kern bei so Radiation Boost ok hier oben ist ein Kühlschrank äh futtern ja und futtern ja ok ja das werden wir dann alles nachher noch abbauen irritierend hier mit den Türen ok nächste Etage hier rein Kühlschrank äh Kekse nehmen wir natürlich gerne mit und äh ein was Insolation Boost ah hier ich dachte es könnte man jetzt äh ein Rüstungsspinn brauchen wir ok das sah ihm so aus als wenn man das auch so wechseln kann gut dann weiter geht's äh ganz kurz hier rum gucken ob hier oben noch Loot ist nein kein Loot rein zum nächsten ok 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 multiboost passiert gerade passiert auch mal medistation könnt ihr natürlich auch mal Licht anmachen das würde auch sehr hilfreich sein ok so wer baut denn sowas ähm ja wir sind schon vollgepackt können wir irgendwas zusammen nehmen aber das hier können wir wie wert das 80 mir fehlen äh nahrungswert hilft gegen gift bis und es füllt auch meine Dings wieder auf das ist ja schon mal nicht schlecht ok jetzt ist die Frage haben wir ich reiß die Dinger hier gleich ab so erstmal ganz kurz mit dem Bodenleiter noch ein Stück näher hier gefahren ok ok so haben wir hier ein kühlschrank mal warum habe ich denn schon wieder keine stamina es ist ja wohl zum heulen hier ok äh so das hier rein das hier rein ok ok wir looten erstmal weiter ich hoffe dass die Drohne jetzt nicht auf mein ok rohes Fleisch mitgenommen Wasser sehr schön noch eine mittlere Rüstung wie geil ist das denn Eva Boost Oxygen Boost hat sich ja schon gelohnt und natürlich Lichter machen Jetpack ist auch an ok so dann weiter hier ok ok Fernseher Trotgewehr Upgrade Bausatz sehr schön Pizza Hausmittel Prozessor das können wir jetzt zusammen packen Multiladung sind wir eh auch alle da geht es gleich noch nach oben ok wo war das hier ja fahren wir mal nach oben ok dann geht es da hin wo ist denn jetzt die Drohne gehe ich nicht ähm aber bevor wir raus gehen da geht es in die Richtung ok oh die ganzen Türen gehen wir ja jetzt schon auf den Sack so ganz kurz mal gucken können wir nicht drauf zugreifen können wir nicht drauf zugreifen ok und hoch 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 äh nix ist hier rum nur noch mal ein Ausgangspunkt pfff ok so wir haben natürlich auch keinen Kern bei aber das äh sollte mir jetzt egal sein da sind die Frachtboxen die hab ich gesucht ok landeplatz 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 ist nix weiter komm hier schon mal ok geht gar nicht das heißt wir müssen es dann müssen erst den Kern zerstören und dann können wir die mitnehmen ok sacken wir alles ein sacken wir alles ein sacken wir alles ein alles nehmen wir mit aus Neodymium Scythium Gold Promethium Magnesium heißen wir alles äh pass das schon ok so dann waren wir da oben da waren wir da waren wir noch nicht und hier runter können wir ne können wir nicht mitnehmen so aber hier lang müssen wir und Moment mal ach das war das Ding ok alles klar gut weiter gehts in die nächste Abteilung hier rein nichts 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 äh hier rum die Schrank ist leer der Schrank ist auch leer so und dann Medizin da waren wir da waren wir das war's das war's oder das war's oder hä ich hab mich jetzt glaube ich verlaufen so da sind die Dinger da war das Teil hier dann können wir das hier abbauen ne hier waren wir noch nicht ach ich wusste wir waren hier noch nicht genau und hier gehts wieder hier gehts wieder runter zu dem alles klar ok so der Kern erstmal kurz hier alles einlagern nochmal auf die Frachtbox zugreifen die ist ja jetzt so schon fast voll ja Frachtbox 2 das kann man dann halt das brauchen wir das kann man dann alles zu Hause sortieren nochmal spielst du das nochmal drin so die Fleischdosen das Haus das 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 ist so Licht an da ist der Kern und der Kern ist Wisch und dann können wir anfangen abzubauen hier äh 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 ok ich würd sagen wir nehmen auch nur das wichtigste mit und um ok und das hier so ok oh hier ist ja auch noch was Wasser ok schon verdorbene Lebensmittel ok an Boostern haben wir jetzt äh dann genug wahrscheinlich so kommen wir hier noch irgendwo hin ich meine das Glas wenn wir das natürlich mitnehmen haben wir den Vorteil dass wir kein Silizium mehr holen brauchen sie wirklich hoffe ich zumindestens ok irgendwas ist da gerade abgefallen kaputt gegangen ok so das war die Schnellmethode des Abreißens gut hier haben wir noch eine Couch da ist auch nichts mehr so ok ok dann hier mal hoch und dann hier oben was kriegen wir da für Stahlplatten naja ok so so dann hier oben dann hier oben den Dekoblock alles mitnehmen alles mitnehmen was geht was uns hier nur ein paar Teile bringt ok 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 das haben wir ich glaube ich habe gerade ich finde es aber nur Stahlplatte ist es egal ist egal so dann das Teil weg Kühlschrank Türen sind wichtig diskriminieren ja ok das brauchen wir auch und natürlich von hinten anfangen wäre clever mal gucken mal gucken war das mit wahn ist so als wäre hier irgendwo noch besser oder sowas na gut egal so der weg der weg der weg der weg der weg der weg besser egal so Tür hier haben wir noch was haben wir hier das krimiert Computer Metall Komponenten ja das brauchen wir alles das ist gut das ist gut ok wir machen es jetzt hier von hinten Pflanzenlicht gibt dann kommen wir den Glasplatten ok sehr gut sehr gut so das Pflanzenlicht hier Pflanzenlicht ok haben wir das auch aber jetzt höre ich zumindest auch mal hier irgendwelche Viecher so das haben wir da haben wir hier haben wir noch eine Tür und hier haben wir auch noch gut so Bohrenladung haben wir noch zwei Stück ne genau ok so dann hier rein Toilette ja ok Lusche hier können wir mal durchgehen ok das Bett hier was gibt es hier Stahlplatte Metall Komponenten nein so Türen Türen hier haben wir noch einen Kühlschrank ok Türen hier haben wir noch einen Kühlschrank haben wir das haben wir ab hier so gut 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 da haben wir noch so ein hausmittelprozessor den konnten wir jetzt komplett abbauen auch interessant so jetzt hier oben die dusche mitgenommen wieder hier das ganze zeug höre merkwürdige geräusche von der neben seite ok so steil platten ok ok dann nehmen wir hier jetzt noch das zeug mit so die stamina geht auch wieder extrem weit runter gut 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 ok so das hier war das teil ok das ist leer ja natürlich kisten mitgenommen gut so bei wie vielen minuten sind wir bei 21 minuten also ich will nicht unbedingt gucken da ist so eine blume ok hier haben wir alles hier haben wir alles hier haben wir alles so da oben wie kommen wir denn da kommen wir da noch irgendwie hin ich weiß auch nicht er doch hier drauf und dann hier hoch ok ich habe umgesehen das ding was ich gerade weggeschossen habe ok so gut haben wir alles was wir brauchen wir machen jetzt hier mal kurz ein prozess mit dem teil jetzt sammelt ihr die nur so auf und dass sie nicht umpacken kann so so lol karambolage so hier unten die füße weg geschossen dann hier 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 so dann ist ja auch gleich fertig aufgeräumt hallo lass mich mal durch hier so wir haben jetzt nur noch hier ist ja noch was hier ist ja noch was so frachtbox zugriff so und dann können wir das hier alles noch verstauen wo war jetzt die box da nicht da nicht hier auf das war richtig und dann kurz warten bis aufgeladen ist wieder so und dann hoch sehr schön und pentaxid brauchen wir noch 25 stück und dann können wir springen gut wir sind weg ist weg ist weg ok was ist was mit dem teil hier da steht noch in der luft es stand in der luft ok aber das spiel hält noch also es gab schon wieder mal es gab immer noch kein abschluss so dass wir noch das hier noch und das da ist erledigt und das weiße so ein bisschen abruf abwäufig aber das gehört ja mit dazu das gehört alles mit dazu so wo sind wir denn jetzt wir sind da das teil ist großer wohnkomplexes weg wir fahren jetzt in die richtung die richtung fahren wir schon richtig aber mal umgedreht wir haben noch für 200 für 200 minuten strom so was haben wir denn ein dorf wieder ein dorf aber es sieht mir so ein bisschen aus wie akua alles ne gut das dorf wollen wir zumindest minigun drohne und die näher ja die kommt näher so können wir uns jetzt hier irgendwo verstecken lass mich durch lass mich durch 309 ok ganz kurz mal das menü in die frachtbox 327 ok ego ok da sind die wo ist die minigun drohne ich weiß jetzt natürlich nicht ob hier böse sind so da ist zumindest so ein spawner ist aber ok da tut uns nicht viel ich höre sie ok gut die minigun drohne ist erstmal weg ja ok mit ja noch zehn schuss ok gut dann nehmen wir den auch noch aus dem spiel aber hier können wir doch mit na mit der schrothwindel auch ballern wie viel money haben wir da noch ok da ist das wie nachladen da ist ja noch so ein teil hier ok 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 gut aber wir sind bei 30 minuten ich würde sagen das reicht doch aus und wie es hier weiter geht es sehen wir beim nächsten mal ich bedanke mich fürs zuschauen ich wünsche euch noch einen schönen Abend bis morgen und ciao ja 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 ja